Ja, Herr Thomsen, heute wieder ein ganz viel Spiel abgeliefert in der zweiten Halbzeit. Besonders das Spieltor kurz vor Ende der ersten Halbzeit. War das Ausschlag gegen heute? Sicherlich, sicherlich. Und dieses Tor sind Sie denn... Ja, Sie mussten aufmachen. Sie standen ja ganz zur ersten Halbzeit drinnen. Da mussten Sie ja ein bisschen nach vorne agieren. Das war halt, dachte ich, ja. Würde ich schon sagen, das ist auch mal gut. Dieses Tor, das ist ja fast wie Messi-like. Ich nehme ihn an, lupfe ihn dann über den Torwart. Haben Sie jetzt am Wochenende an geguckt? Sicherlich, sicherlich. Na ja, eigentlich nicht, ja. Ich hatte Glück gehabt. Der Ball versprang mir erst. Und dann habe ich den im Augenwinkel gesehen. Der Torwart kam raus. Und dann dachte ich mir, das lasse ich mir nicht nehmen. Hat das die Position des Trainers jetzt im Verein gefestigt? Das ist ja jetzt überall so zwei Folgen. Aber doch, ist die Trainerfrage immer da? Ja, ich glaube nicht. Das ist sicher. Das hat es geklärt, wie wir sagen. Man sieht ja ja den Folgen. Man sieht ja, oben sind wir. Da bin man näher, ne? Also den ersten Platz gefestigt. Ja, würde ich sagen. Doch. Alles klar, danke Sie. Ja, vielen Dank.